Wir sind die Kfz-Lackiererei Philipp Lamm. Wir reparieren unverschäden Fahrzeuge, Lackierschönheitsfehler, alles was so dazugehört. Die Marktsituation ist momentan sehr gut. Wir haben coronabedingt Einbußen gehabt, weil weniger Fahrzeuge auf den Straßen waren. Mittlerweile relativiert sich das aber und das läuft gut. Der Frederikspark ist uns angeboten worden von der EGNO. Der Standort ist von den Anbindungen her sehr gut. Wir haben die Autobahn hier und wir sitzen hier im Frederikspark ein Stück weit Randzone. Das heißt, wir haben das Umfeld und das Hamburger Gebiet, was uns sehr gut zu erreichen lässt. Standortvorteile insgesamt sind halt die nahe Anbindung an die AKN, an die Busanbindung, dass wir hier gut zu erreichen sind und die Leute uns halt einfach gut finden können. Der jetzige Standort und das Gebäude ist natürlich deutlich besser und ausgerichtet auch auf unser Tätigkeitsfeld. Wir haben viel mehr Lichteinfluss, mehr Fensterflächen, wir haben die Größe halt unseren Anforderungen angepasst, die Lackierkabine, alles was so zu der Arbeit gehört, ist den Umweltstandards angepasst worden, dass wir hier deutlich besser dastehen als in der Stettiner Straße. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt, EGNO. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de www.b2b-wirtschaft.de